Wir haben bei Huthwiler dieses Jahr ein Quinoa-Satenbrot mit über 20% Saatenanteil in der Tiefkultur, bei Kaufland erhältlich. Einfach auftauen und verzehren. Genießen müssen Sie nicht aufbacken. Also eigentlich unser Highlight. Des Weiteren haben wir Sprossen-Cracker mit gekeimten Sprossen auf Sojabasis, reich an Protein, über 13 Gramm. Eigentlich perfekt für den kleinen Aufstrich oder zum Dippen. Und unseren Bestseller, die Bauernschnitte, haben wir nochmal überarbeitet. Eine bessere Frischhaltung, sodass wir hier auch einen guten Genuss wieder bieten und den nochmal ein bisschen gesteigert haben. Auch wieder verzehrfertig, muss nicht aufgebacken werden. Das wären unsere Neuheiten hier auf der Messe in Stuttgart.